Weibliche Erwachsene verletzt durch herabstürzendes Mauerwerk, Fleischwunden, vermutlich Schienbeinfaktur, Gehirnerschütterung, möglicherweise innere Verletzungen. Ein Liter Laktat und Blutersatz und dann sofort in den OP. Nachrichtige den Radio. Vorsicht ein Ding. Der Träger ist auf den Bauarbeiter gestürzt. Bein unterhalb des Knies abgetrennt. Er hat sehr viel Blut. Kommt ihr das Bein? Hier. Gut, ich brauche Maggie Deming. Ich brauche eine Schwester hier. Deming! Ich habe als Schwester gearbeitet. Meine Zulassung gilt noch. Okay, legen Sie das Bein auf ein. Blutgruppe und Kreuzpunkt. Acht Liter Blutersatz. Vier Liter Kochsalz. Und wir brauchen sofort einen Chirurgen hier unten. Ich muss da vorne rein. Schnell, schnell. Jede Sekunde zählt. Quatsch. Den Stand droht. 100 Milligramm Liter. ...daten im Kranis am Kranis. Vom Bauch bis zum Hals. Atmung unregelmäßig. Blutdruck 90 zu 50. Kupillen erweitert. Schwester? Wir brauchen ja eine Schwester. Dr. Sloan? Reiche ich ihm? Auf jeden Fall, Maggie. Kochsalzlösung. Was haben wir hier? Schere Gesichtsverletzungen. Blutdruck stabil. Herzschlag regelmäßig. Okay, ein Tropf mit Blutersatz und an die Plika intravenös. Maggie, etwas fluch.